hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom car mechanic simulator 2015 das ist jetzt schon eine ganz weile her wo wir zuletzt gespielt haben ich habe es irgendwie letzte zeit nicht mehr wirklich geschafft so hier können wir gerade mal schauen ach da war immer noch das pochende geräusch vom motor genau ja machen wir mal die ölwanne ab vielleicht ist da irgendwie ein lager defekt ops wo sind die ölablassschraube schräubchen wo wir erst da ist sie da versteckt sie sich so einmal abschrauben ach so das öl hat man schon abgelassen okay dann können wir das ding wieder weg stellen dann brauchen wir das gar nicht ja brauchen das geräusch vom motor schauen wir mal die ölwanne ab die ist sowas ist in der realität natürlich mit mehr als vier schräubchen befestigt schauen wir mal ob da irgendwo eventuell ein lager defekt ist na da kurbelwellenlager das sieht nicht gut aus war das was vielleicht pochende geräusche kurbelwellenlager deckel so öl wechseln abgas krümmer den müssen wir auch noch ok kurbelwellenlager deckel den können wir direkt mal ersetzen dünn 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 abgas krümmer können wir da noch ne den können wir nicht mehr reparieren ölfilter mittelschalldämpfer was haben wir denn jetzt alles schon neu mittelschalldämpfer ist neu abgas krümmer haben wir den schon neu gekauft haben wir neu gekauft ok kurbelwellenlager fehlt noch kurbelwellenlager deckel gut den kriegen wir auch noch motor kurbelwelle kurbelwellenlager deckel kauf mal wasser dann können wir den nämlich auch einschrauben ich würde da gern etwas näher dran danke die kamera führung ist auch hier manchmal noch ein wenig sehr eigenwillig da so neu machen das schrauben deckel drauf dann hätten wir das thema auch erledigt ölfilter ist schon neu öl hat man zum glück noch nicht aufgefüllt so jetzt mal glaube ich alles hier unten fertig hoffe ich ist wie gesagt schon eine ganze weile her ich weiß es auch nicht mehr so genau was würde alles noch machen mussten so den können wir auch so ein bisschen in montage modus gehen das machen wir den noch neu dann können wir noch das öl auffüllen so die muss wieder ran zustand passt noch ein zahnrad noch ein zahnrad noch ein zahnrad mit viel die erstmal die naja egal kommen wir noch dran sonst hätten wir den hier nicht montieren können das ganze steuerkette oder hat der zahnriemen jedenfalls das was er davon hat das hätten wir noch montieren müssen können wir aber immer noch tun steuerkette genau so das ketten hat brauchen wir noch das gehäuse ups kann man aufhören können wir manchmal meinung wäre in spin tires die ist ähnlich eigenwillig so das cutting kommt noch drauf zündverteiler deckel klammer nummer 1 klammer nummer 2 und das müssen wir noch und natürlich den keil reprimen und den natürlich geben so so zündkabel fehlen noch haben wir noch was vergessen ich glaube das war's erledigt motoröl müssen wir noch auffüllen okay das klingt logisch da öleinfühlt schraube öleinfühlt deckel und drin mit dem guten saft so jetzt können wir gerade mal kurz noch schauen ob auch genug öl drin ist das passt so deckel drauf und dann sollte man eigentlich alles erledigt haben grün 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 auftrag abschließen das ist unvollständig anlasser fehlt ups wo haben wir denn den gelassen äh der den hat den hatte ich glaube ich weg geschraubt weil ich eventuell das getriebe raus machen wollte wegen den geräuschen so jetzt aber gut den haben wir ab abgefrühstückt gut jetzt schauen wir mal was der kollege hier will klopfende geräusche aus dem motorraum ebenfalls ersetze alle filter kraftstofffilter ölfilter runter luftfilter okay filter ist schon mal nicht so das problem außer wir finden sich vielleicht nicht da war doch glaube ich da ist der kraftstofffilter so darunter ist der luftfilter der muss weg so ölfilter können schon mal das teil hier holen weil jetzt müssen wir erstmal das öl ablassen sonst gibt's sauerei auf dem boden und das kostet wir haben wir getroffen perfekt und weg mit dem ding so dann machen wir hier einmal den ölfilter weg den müssen wir sowieso wechseln dann schrauben wir mal die ölwander ab ich fürchte dass nämlich auch wieder ein lager defekt wir hätten eigentlich eine probefahrt machen können ne naja jetzt ist zu spät so mal ran scrollen wie schauts denn aus die lager gehen eigentlich noch der ist noch gelb das ist noch gelb ist auch noch gelb okay die sind schon mal nicht können wir eigentlich die ölwanne wieder dran lassen wir sie mal weg nicht dass wir da irgendwelche zylinder oder so tauschen müssen aber das heißt wir müssen mal hier oben dran ähm schrauben wir mal das teil weg ist jetzt natürlich nicht so einfach das zu finden was wir da gerne hätten ähm ja die müssen wir auch mal abschrauben ich hätte es mal mit einer probefahrt vorher versuchen sollen jetzt ist zu spät jetzt habe ich nämlich keine Lust mehr das alles zusammen zu schrauben vor allen Dingen müssten wir dann Öl einlassen um es dann möglicherweise nachher wieder abzulassen nicht so das ideale hoppla Ventilstange das ist noch einer der arbeitet ohne kette und ohne zahnriemen da werden die Ventile tatsächlich noch über Stößelstangen bewegt haben wir denn schon irgendwelche Teile gefunden nicht eines äh es muss das erstmal ab ok guter alter v8 1 so immer noch keine teile gefunden Auspuffanlage sieht ja soweit gut aus hier. Achso, das hier muss erst noch weg. Vorher müssen die Vergaser runter. Einmal, es ist natürlich ein bisschen unstrukturierte Fehlersuche, ich bräuchte so ein Diagnosegerät und wie gesagt, ich hätte eine Probefahrt machen sollen, habe ich nicht dran gedacht. Voll verpeilt. Die hätte uns vielleicht ein bisschen was sagen können und bei Klopfgeräuschen aus dem Motor ist natürlich immer schwierig. So, jetzt können wir den mal runterschrauben. Dann sieht man zumindest mal, wie so die Kolben aussehen. Aber wenn wir die rausmachen müssen, dann sind die eigentlich gar nicht so schlecht. Kann ich die von hier prüfen? Kann nur mit Druckgerät überprüft werden. Okay. Sehen aber eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, die Klammern, ich weiß. So, den haben wir mal ab. Müssen wir die Seite auch abschrauben. Da haben wir schon was. Ein Kipphebel ist defekt. Der ist auch defekt. So, zwei Kipphebel. Die hätten wir schon mal. Müssen wir aber natürlich weiter abschrauben. Vor allen Dingen müssen wir das nachher alles wieder zusammenschrauben. Das ist manchmal so eine Fehlersuche ist dann teilweise gar nicht so einfach. So. Stößelstange, Ventil oder Ventilstoßstange. Opsa. Ventilstoßstange. Da läuft die Kurbelwelle quasi, äh, die Nockenwelle quasi da unten drin. Und drückt über die Ventilstoßstangen die, äh, die, ähm, Ventile auf und zu. Oder drückt sie auf, zu gehen sie über die Federkraft. Und bevor ich hier das alles abschrauben sollte, gleich mal gucken, ob ich inzwischen schon noch mehr Teile gefunden hab, die nicht in Ordnung sind. Wäre gar nicht mal so. Okay, eine Ventilstoßstange war es schon. Ein Teil fehlt uns noch. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass das einer der Kolben ist. Dann müssen wir nämlich nicht richtig noch abbauen. Achso, das macht eine Schraube. Nö, die Kolben sehen gut aus. Ähm, was hätten wir denn dann noch? Lüfterrad ja wohl hoffentlich nicht. Den machen wir auch mal weg. Ein Teil ist klopfende Geräusche. Was können denn da noch klopfende Geräusche machen? Oh, hier vorne, ich sehe schon. Die ist, glaube ich, die Kurbelwellenscheibe ist verbraucht. Jawoll. Wir haben sie alle. So, ähm, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir denn alles brauchen. Zweimal Keepable. Der war aus dem i6. Den können wir verkaufen. Der Ölfilter war vom i6. Der kann weg. Der kann auch weg. So, da brauchen wir einen runden Luftfilter. Einen schwarzen Ölfilter. Und den Benzinfilter. Da fangen wir mal mit an. Dann haben wir nämlich die ganzen Filter schon mal. Filter. Kraftstofffilter. Dann den schwarzen Ölfilter für den V8. Genau. Und den runden Luftfilter. Zwei Vergaser. So, das wäre das eine. Achso, können wir ja... Äh, Blödsinn. Doch, i war ja richtig. Ich... Vergesst es einfach. Den können wir verkaufen. Den können wir verkaufen. So. Kipphebel hatten wir zwei. Zweimal Kipphebel. Einmal Stoßstange. Und einmal... Keil-Riemen. Keil-Riemen. War das der Riemen? Ne, die Riemen-Scheibe, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Der Riemen. Okay. Keil-Riemen V8. Motor. So. Keil-Riemen V8-OHV. Genau. Dann brauchen wir zwei Kipphebel. Riemen. Und eine... Stößel. Stoßstange. Ventilstoßstange. Und der V am ehesten zu finden. Da ist sie doch. So. Hätten wir. Dann fangen wir mal... von unten her an. Und dann können wir nachher oben fertig machen und Öl rein und gut ist. Und wenn wir jetzt Öl rein... das Öl rein kippen, ist das nicht gut. So ohne Ölwanne. Macht sich ganz schlecht. Gibt eine riesen Schwanerei auf den Boden. Sollte man deswegen tunlichst unterlassen. So. Einmal der noch. Dann wären wir hier unten fertig. Runter mit der Kiste. So. Jetzt machen wir erstmal das andere Zeugs hier. Die kann wieder dran. Der Riemen kann auch wieder dran. Der neue natürlich. So. Kraftstofffilter kann man grad rein machen, wenn wir eh schon hier an der Ecke sind. Der kommt wieder dran. Das Lüfterrad kommt wieder dran. So. Na, die auch noch. Und dann der Kühler natürlich. So. Das können wir auch grad wieder dran machen. Hätten wir gar nicht abschrauben brauchen. Klammer eins. Klammer Nummer zwei. So. Zylinderkopf kommt wieder drauf. Den schrauben wir jetzt noch fertig. Habe ja lang genug keine Folge. Und die zwei, drei Minütchen, die das jetzt noch dauert, die kriegen wir auch noch rum. Ich freu mich schon, wenn wir da mal tatsächlich unsere eigenen Autos renovieren dürfen. Da, das wird, das macht schon eher, das macht dann auch Spaß, wenn man an den eigenen Autos schraubt. So. So. Zylkerze noch rein. Ventilstoßstangen. Die neue natürlich. So. Nächste. So ein V8 hat ganz schön viele davon. So. So. Hier sieht man es jetzt noch schön. Die drücken dann nämlich, hier sieht man, da gehen sie rein. Die drücken dann hoch, kippen das, den Kipphebel, der drückt das Ventil auf. Und ja, so spart man sich Zahnriemen. Und ja, den Zahnriemen oder Steuerkette spart man sich. Hat den Vorteil, kann nicht kaputt gehen. Hat natürlich den Nachteil jetzt, ist vom, äh, ist, glaube ich einfach Träger. Also, kann, und wenn es jetzt ein 16 Ventiler wäre, also vier Ventile pro Zylinder, dann wird das richtig spaßig. Wenn man da die ganzen Stöselstangen da durchführen muss. Und das ist, glaube ich, auch ein Platzproblem dann. Hat aber, wie gesagt, den Vorteil, da reißt kein Zahnriemen oder auch keine Steuerkette. Das funktioniert einfach. Deswegen halt viel in alten Autos zu finden. Und Steuerkette ist ja normalerweise auch sehr haltbar. Zahnriemen. Fand ich früher okay, wo jetzt, wo die Autos noch so verdichtet waren, dass es quasi frei, also dass es Freiläufer waren. Ähm, da konnte der Zahnriemen reißen, dann war er zwar halt kaputt, aber man legte neuen auf und konnte dann weiterfahren. Da kollidiert nichts. Das ist ja bei den neueren Fahrzeugen nicht mehr der Fall. Und was das neue auch schon bei relativ, zwischen auch schon relativ alten Fahrzeugen. Und, ähm, und da halt der Riemen reißt, dann hauts in der Regel die Kolben und Ventile zusammen. Und dann hat man richtig schönen, kräftigen Motorschaden. Mit Glück nur die Ventile. Mit Pech muss man den Kopf noch mit einschleifen. Mit noch mehr Pech sind die, äh, Kolben beschädigt. Und mit noch sehr viel mehr Pech ist dann auch noch die Nockenwelle gebrochen. Also es kann schon eine teure Angelegenheit werden. So ein Zahnriemenriss. Steuerkette kann natürlich theoretisch auch reißen. Ähm, wenn sie fehlkonstruiert sind, machen sie das auch, wie VW das ja bewiesen hat. Ist aber normalerweise eigentlich eine haltbare Geschichte für viele hunderttausend Kilometer. Deswegen, aber man muss halt vernünftig konstruiert sein. Alles nicht immer so. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Zahnriemen hat natürlich noch den Vorteil, er ist leiser in der Regel. als Steuerkette oder halt die, die Stößelgeschichte hier. Aber halt wie gesagt wartungsintensiver. Und, ähm, einfach durch die geringere Haltbarkeit. Das ist halt immer noch ein Kunststoffriemen. Ein Kunststoffveraltern. So, Deckel drauf. Luftfilter rein. Deckel drauf. Zinnkabel müssen noch dran. So. Dann haben wir, glaube ich, alles. Den Deckel machen wir noch zu. Achso, Öl sollten wir noch einfüllen. Das könnte dem Motor ganz gut tun, wenn man das macht. Wo ist denn da? Ohne Öl fährt er nicht weit. Und da gehen natürlich ein paar Liter Öl rein in so einen V8. Äh, da. Den hier suche ich. Passt. So. Deckel zu. Grün-Grün-Auftrag abschließen. So. Wir haben 3000. Das heißt, wir können auch noch wieder einen Erfahrungspunkt. Ähm. Kaufen wir uns mal das Druckprüfgerät. Da können wir nämlich solche Motorgeschichten oder den ODB-Scanner. Äh, nehmen wir den mal. Ja, möchten wir. Wunderbar. So. Damit sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Beziehungsweise, wir könnten gerade mal gucken, was es eigentlich noch an Aufträgen gibt. Finde und repariere alle Motorprobleme. Äh, den nehmen wir natürlich an. Ähm. Dass ihr auch seht, wo auf... Was denn als nächstes auf uns zukommt. So. ... 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